was muss ich denn machen angreifen ich habe das so lange nicht mehr gespielt bin absolut nicht mehr up to date ich merke aber ich kriege immer wieder feedback zu meinen youtube-videos ich habe ja einige youtube-videos zu ende sind gemacht ich glaube ich muss angreifen ich muss verteidigen sind die ende des server noch gut besucht das werde ich gleich sehen bin ich mir tatsächlich nicht besonders sicher fällt vielleicht nicht so auf weil es auch mit kai gespickt ist generell ja schon die trupps aber wie viele das jetzt wirklich noch aktiv spielen bleibt abzuwarten ich laufe mal weiter richtung punkt den es zu verteidigen die ende ist das ist halt entspannend weil man einfach so ein bisschen ich bin gleich außer die ohren weg rum ballern kann ich warte es glaube ich nicht an ich weiß nicht wo meine granate ist ich bin ein bisschen lost so hat er keine granate hat auch nichts zum heilen naja ich habe versucht zu halten hinter uns ich kenne die web nicht aber wir haben es verteidigt ach so wir müssen es einnehmen ich bin verwirrt ich sag ja vollkommen eingerostet kann sich an nichts mehr erinnern waren vielleicht ein bisschen sehr viele ja aber ich bin auch in meinem allerersten trupp drin aber das klingt aber auch da steht an dem türmchen noch einer beide ich glaube es ist sehr fortlastig wo müssen wir ach so wir müssen weiter den druck erhöhen nach vorne hin ich höre hier irgendwo was zum spawnen drinnen ist unser der oh oh da ist auf jeden fall ein punkt das müsste ungefähr irgendwo hier gewesen sein da war nichts geholt da war nichts geholt da hinten ja ich dachte das wäre hier ja okay das ist deren base dann gehen wir mal einnehmen so mein squad rennt hier irgendwo die habe ich jetzt hier vorne geparkt oh oh wir trinken gleich oh gegenüber das war lang das war lang die haben wir übernahmt da muss ich erst mal aufräumen ob er wenig immer noch ich dass ich das alleine aufgekommen kriege heute schon ein bisschen unterstützung zum tod meiner leute führt eine artillerie ist jetzt sehr 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 nah wir kriegen eigene artillerie auf uns ich habe ein aber gestorben fliegen und überfliegen ich bin lange nicht mehr geflogen das hat nichts gebracht hier ist fliegen sogar noch richtig gemein weil die maus auch noch andersrum ist ich bin eingerostet ich kann die entfernung nicht einschätzen mittlerweile gibt es hier sogar so ränge die vergeben werden ich habe keinen ich habe keinen gegnerischen flieger ausgemacht die markieren ja halt leider nichts zu spät ich bin gerade absolut nicht gefährlich die markieren halt auch nichts es wird niemand gepingt ich konnte irgendwo anfragen dass die mal was pingen sollen aber bin mir ja noch nicht mal sicher ob die überhaupt echt sind vor allen dingen hat er der erste jetzt die ganze zeit kann er seine position ausbauen ich will erster werden aber wir sind schon am letzten spot irgendwo gab es ein menü ich will jetzt auch nicht so viele tasten drücken weil ich nicht weiß auf welcher tast ich aussteige aber ich habe leute getötet und wenn es halt nur ist mit meinem flugzeug was kaputt macht hat vier kills ich freue mich da viel zu sehr drüber so da ist der spot hier parke ich mal meine party people der bauter gut ticken schneller stellen rechte seite rechte seite da sind sie einfach über uns drüber you're mad shit 75 hat er 26 kills mehr als ich brauchen artillerieunterstützung ich habe gleich noch mal artillerieunterstützung ich das da hinten hin und wo schießt das linke seite rechte seite links und wir wussten niemanden calls geben so zielgenau bin ich aber auch nicht schon der ein oder andere der nicht so trupp sitzt ich glaube wir haben sogar noch ein gott ok der panzer gespawnt 43 sekunden habe ich noch als artillerie ist ja mal rüber stürmen dann ist das ich habe gesehen dass man uns feier so elf sekunden hier ist ein spawn habe ich leichter als das Ganz schön viele Leiche. Über, auf der anderen Seite. Oha. Ich brute. Ich kriege immer noch das Piepen im Ohr. Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich mich hinlegen kann. Hier. Ich hätte gerne noch die 40 Sekunden, weil er den Artillerie schlagt. Auf den Spot setzen. Bei mir rückt gerade auf der Seite was nach und es rückt was auf den Spot. 16 Sekunden. Ich nehm immer die falsche Seite, ne? Ja. Das war knapp. 88! 89! 20 Kills! 5 hab ich nur aufgeholt? Oh Gott! Ne. Oh, oh! Oh, oh! Die trifft, stirbt. Ja, moin! Das dauert so lange, dass wir da durchladen. Wieder auf die Seite. 95, der macht immer genau so viele Kills wie ich. Nur weil ich geflogen bin. Und dann... Und dann... In welchem Gebäude war ich denn? In dem? Glaub nicht. Oh! Ah, das ist ja. bin ich im gebiet irgendwie den spot verloren sie können auch einnehmen oder wie wenn wir er sagt irgendwie immer nur noch eine position übrig nicht für jeden spieler zwei schuss brauche ich zu lange so gut geschlagen no i don't want to go to the dentist jetzt kann ich natürlich nichts machen ich kann nichts machen ich kann ihn nicht einholen es ging doch wieder es ging doch wieder